Yo Freunde, hier ist der Nier und herzlich willkommen beim deinem Part Let's Get a Platin GTA 5 GTA 5 oder wie ihr auch ihn nennen wollt. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben nach dieser Horror-Scheiß-Poppy-Mission. Machen wir nochmal so eine scheiß, äh, fang ich auch wieder zu frieren mit den vogulären Wörtern. Äh, äh, Paparazzi, Crab, Müll, Kack. So, ich hab erst so einen anderen Wagen, ey, der war ja echt zum Heulen. Ich mach den hier. Hey, don't make me commit for that shit, homies. That photo, what can I say? A-grade Journalism. Our little sex tape said Sloppy Poppy and a full blown meltdown. That doesn't feel to be on the front lines, dude. Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what, I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. Ah, ah, all in good time. The truth comes first. Be in touch. Oh, fuck. Jetzt fahr ich hier einfach mal kurz so. Zwei, die nicht hell. Oh, so you enjoy your day, right? Ja, alter. So, was ist denn hier los? Eieiei, gut, ich hatte Todampel, aber. Ah, nee. Nee. Hier kriegt mich jetzt gar nichts mehr aus der Fassung, Freunde. Ist hier, der Typ sagt zu mir, ja, mache Fotos von ihr. So, wollte ich Fotos machen. Auch verkehrt. Gut verfolgen. Verfolgen. Und du weißt, Princes Georgina, that snooty English royal? Shit, not really. She don't kick any Chamberlain Hills much. Well, word has it. She likes to blaze one for Queen and Country, if you know what I mean. There's a deal going down right now. I need you to meet my contact outside Chico's hypermarket. And try not to blow his cover, okay? All right, man. This one I got. I'll hit you when it's done. Bring your tambourine over and we'll let Brock out. Mm-hmm. Is this the one? Yo, you're Beverly's boy? Shit, I guess I am, huh? They're round back. Heavy security. I take a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good. Aufs Dach muss ich nie kommen. Hoppla. Okay. Juhu. I have sticky cowboy, mindless passion, purple plunder, endless panic, whatever you want. Marvelous, I'll take it all. Okay. I am on holiday. I mean, apart from a few photoshoots with orphans and cripples, but like, I could do that in a coma. They really are the same the whole world around, you know? Okay, give me a second. So like, back in England, my help would like totally do this for me, but they're like super scared of being arrested and totally banged by scary dudes in US jail, yeah? So like, ah, so ghastly, it's just, it's just a couple of traps. I mean, the UK tax payer gives them money to protect me and be my servant. Sooo. Ah, da wollte ich jetzt reinfahren. Hier, komm. Wie weit muss ich noch fortfahren? Oh, ja, 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 ja. Mikasa, Tukasa, you know, I'll catch you later. I need to get this to print. Oh, das ist doch nicht so. Ich liebe die Mutterfell gerade. Prinzessenerbsenhirn. Das war jetzt auch mal hier. Wo können nicht alle so gut sein? Wo ist hier jetzt hin? Hm. Feuerwehr, 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 Feuerwehr. Ui, ui, halt, stopp. Halt, stopp. Was ist das jetzt hier schon wieder für ein Grasgeimversteck? Oh, ja, genau, das wollte ich. Mhm. As if. Ich würde jetzt Sickbar aus Kingdom Hearts sagen. Mitnichten. Mitnichten, Freunde. Ja, ich erwähne Kingdom Hearts gerne in GTA 5 spielen. Also in GTA spielen. Muss ich wirklich zugeben. Hm. Ja. Also war ich eben doch richtig oder was? Wo soll das hier sein? Hm. Hallo? Hallo? Du bist gut. Soll das scheiß Gras jetzt hier sein, ey? Sieht zwar schon hier unten alles abgefuckt aus, als hätte es hier irgendwo sein, hätte können. Aber irgendwie auch. Tut sie aber nirgendwo sein. Sonst kann doch bestimmt mal schon mal so eine Zwischensequenz oder nicht. Wie geht das wieder los, ey? Das trifft sich alles ganz gut, Freunde. Alter. Willst du mich flaxen? Alter. Voll der Troll! Ist es doch! Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Das Teil hier ist scheiß groß. Es können überall sein. Göttlich! Ach du Scheiße! So! Und nun? Vielleicht doch hier irgendwo hoch. Da geht es auch nicht lang. Vielleicht muss ich mir jetzt mal einen Überblick verschaffen. Oder kommt der doch bestimmt hoch. Ach! Ach das könnte ich doch wieder hier echt... Ey wenn es scheiße läuft, läuft scheiße Freund. Und... Titel hätte ich auch schon. Die Suche nach dem Scheiß Gras. Was ist das? Ich meine klar es würde schon einen Grund haben. Dass es Grasgeheimversteck heißt. Aber... Kleine Tipps hätte ich doch mal wirklich geben können. Da... Da... Na endlich ey! Who is this? The food running around after. I found the truck you wanted. Oh good, good! Now hurry! I need it in Vespucci in the next couple of hours. And watch yourself! I hear the cops were snooping around over there! Juhu! Shit motherfuckers had eyes on the plate! Wie will ich da mit dem Wagen die Bullen abgeben? Das hätte ich echt denn mal wissen. Oh das wird Zeit. Die Bullen sind 200 mAh Bob. Wayne. Wie will ich da mit dem... Ja eben. Wie soll ich denn da mal die Bullen abhängen? Hier. Na, hier. Das war's. Wie soll ich denn da mal die Bullen abhängen? Wie ist es so? Wie soll ich das? Wie soll ich das Beste? Wie soll ich die Beste? Wie soll ich das Beste mal machen? Wie soll ich das Beste mal machen? Ja, wie soll ich den Bullen abhängen, Freunde? Das Teil ist... Das kommt gerade mal... Der ist ja Usain Bolt ja schneller. Jetzt das Teil auf höchstgeschwindigkeit. Na, guck, jetzt fang hier einfach auch rein. So, hab ich schon wieder einen hier an der Backe kleben. Toll. Toll. Ist das Zeit, dass ich in der Zeit das abgegeben haben muss? Oder muss ich das in der Zeit... Dann die auf... Verfolgen? Hm. Ey, Mann! Alter. Alter! Was war eigentlich schlicht denn? Ja, in drei Sekunden schaffe ich das auch, das abzugeben. Warum muss der denn rechtzeitig abgeliefert werden? Ist doch scheißegal, wenn der jetzt ein Gras bekommt. Da soll ich überhaupt froh sein, dass ich diesen Scheiß überhaupt noch habe. Jetzt habe ich hier so eine tolle Mission, ey. Wo ist die denn überhaupt? Dann setze ich mal einen Wegpunkt hin. Oh Gott! Mit Einen Scheißen? Die Scheißen sind einfach zu hinterher. Ich würde mich auf der Stelle abschließen. Ich werde mich auf die Schlage nach einer Entfernung beaten, mit dem Aufmerksamkeit Constellungen geraten. Ich werde mich zur Würde auf die Schlage in der Marietta-Halle erinnern. Ich werde mich auf die Schlage nach dem anderen Statten hin. Er hat sich vor. Der Gew Jeffrey zu überwinden. Meine Schienen ist ein Stroh aus, Doppelwertbarer, und der чтоб... Die Einsteigungsgruppe zu erklären, Ich weiß nicht, ob ich es da bin. Ich weiß nicht, dass ich da irgendwie hochkomme. Ich hab's bestimmt Geld in der Zeit. Das Teil ist hier echt einfach mal wie gesagt. Das Teil kann auf Maximalgeschwindigkeit fahren. Utein Bolt kann lieber herjoggen. Der ist schneller. Der überholt mich. Wenigens hab ich dann in diese Scheiß-Pinnerten-Futzen-Kacke. Endlich vorbei. Bisher. Schade, der lebt noch. Ja, ich bin leicht aggressiv, ich weiß. Das liegt aber daran, weil die Missionen hier so komisch gemacht sind. Und da kommen wir dann wieder nochmal an. Ja. Hey, wenn ich das von der Zeit aus her nicht schaffe, wie soll ich das sonst machen, weil ich meine, ganz ehrlich, ich kann mit denen kein Rennen fahren, mit den Bullen, die Teile, die, die rammen mich von hinten und ich könnte mich da eigentlich voll da verarschen mit, ganz ehrlich, lasst euch Zeit, den holen wir eh ein, oder irgendwie sowas, ja, so, 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 so sehr schön in den anderen war auch so behindert Schlesperrier Komposting, ha ha, ha! Das ist ein schlechtes Burrito! Sch... was aber immer, Mann! Aber das ist mehr Information, als ich brauche! Sehr schön, eine ruhige Karte, so weit. Dann mach ich jetzt mal wieder einen Cut, Freunde! Hoffentlich sehen wir uns nächstes Podcast, wie heißt jetzt gerne Platin! GTA 5 GDI 5, Euer Neon ist out, lasst ihn drin im Schritt! Yesa! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020